Wir freuen uns besonders, diese Ausstellung jetzt hier zu haben, weil vor 45 Jahren, 1970 genau, war Gerhard Richter bereits schon mal im Museum Volkwam zu Gast. Es war seine erste Museumsausstellung überhaupt und es war nicht eine Ausstellung von Gemälden, sondern es war eben die Edition, die gezeigt wurde. Also wenn man das Editionswerk von Gerhard Richter betrachtet, muss man eigentlich sagen, er ist der Meister der Auflagenobjekte und seine wohl berühmteste Arbeit, Betty, die wir jetzt hier betrachten, ein Ölbild nach einer Fotografie von ihm, das wieder fotografiert in eine Edition umgewandelt, denken wir, dort hängt eine Fotografie-Edition. Aber es ist ein Offset-Druck, den er überlackiert hat, damit wir glauben, es ist eine Fotografie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020